2 schau mal ob jetzt irgendwas zu finden ist wir haben ein Problem ja, ne haben wir nicht ist er jetzt schon tot was ist denn das hier? ah, bitte hier auch Waffen auf den Pool. So, nehmen wir ein paar Waffen auf, ja. Und die läuft hier hinter uns jetzt, so. Wir lassen nichts. Auf einmal, ja komm, sie stirbt. Komm. Ja, ich seh's. Jau, der hat Bummen gemacht. Wo schießt du denn? Ach, da! Ja, so macht man das. Sieht gut aus. Ja, finde ich auch. Jetzt randalieren wir so ein bisschen. Ja, komm, aufräumen. Braucht auch keiner. So, Randale. Können wir hier noch was machen? Hey, Beckett, hier drüben. Ach, cool. Brauch wegschieben. Cool. Und du sag mal leiser. Ich will da sowieso keiner. Ah. Gesundheit ist voll. Ja, toll. Ich will... Kann man die Pflanze haben? Auch cool. Mal sehen. Pflanze. Ja, ich weiß, ich schubst das alles hier rum. Ist aber auch egal. Wir haben's ja. Hier ist keine Waffe. Ich glaub, den oben hab ich abgeknallt. Da ist dadurch die Waffe weg. Hier ist auch keine Waffe. Mir durch. Gesperrt. Ich will trotzdem hier rein. Und Trash. Also Mülleimer. Cool. Oder Müll, wie auch immer. So. Ach, da willst du rein? Nee, will ich nicht. Ich will hier rein. Ihr geht hier durch. Ich suche den anderen Eingang. Toll. Kaputt gemacht. Oh, lecker. Da ist schon wieder einer. Das weiß ich aber nicht. Das tut nicht leid. Von ganzem. Der wollte gerade. Wo ist das? Das heißt, meine Fußspuren? Naja, egal. Das sind auf jeden Fall Fußspuren. Der wurde einem in den Kopf geschossen. Und schauen wir mal weiter. Hier ist ja gut. Jetzt sprinten wir einmal durch. Nochmal durchspuren. Und ja. Und wir haben eine Machine-Mist-Tooler, noch eine Machine-Mist-Tooler. Und Panzerung wieder. Ja. Jetzt können wir so richtig loslegen. Und Vasen. Schön. Hier drin sind also Vasen. Also einmal rein. Die verfolgt uns nicht. Ja, toll. Sind wir wieder auf uns alleine gestellt. Hier ist schön, Herr Evaristiet. Hören Sie mich? Nö. Vereilen Sie sich. Das Haus wird angegriffen. Ich denke, das sind Colonel Vanix, Leute. Das ist der perverse Killer, der für den Aufsichtsrat die Drecksarbeit macht. Ja, und? Finden Sie mich? Bin ich tot. Ja, und? Hier ist noch was. Noch ein Hinweis. Was steht denn da? Vier Glock. Ah ja. Von Mr. X-Animil.net An Genevieve Astrid, okay, betrefft ihr Anruf. Ich konnte die Habinger Kandidaten umleiten, um sie wie gewünscht abzuholen. Mir wurde jedoch auch mitgeteilt, dass ihr Aufsichtsrat vor 30 Minuten einen Sonderansatz zu ihnen geschickt hat. Ihr Überleben hängt davon ab, wer zuerst bei ihnen ist. Ah ja. Ich wünschte, ich könnte mehr tun, aber ich habe meinen Kopf schon weiter rausgestreckt, als es gesund für mich ist. Viel Glück. Ja, ich schieße auch gleich den Kopf ab. Geigen. Das Bild finde ich aber nicht hübsch. So, dann geht es hier weiter. Licht. Und hier ist nichts. Jetzt bin ich hier runter, toll. Ne, ist hier was? Ne, hier ist nichts. Dann haben wir aber hier das erste Millicat. Das können wir mit E auch aufnehmen, da haben wir das. Und jetzt muss ich hier, da liegt wieder was. Waffen. Eine Granate. Das ist auf jeden Fall eben was. Und starten. Oh, oh. Oh, oh, oh. Böse, Leute. Scheiße, Böse, Leute. Böse, Jungs. Böse, Jungs. Dann ist einer hier, da kommt. So, schauen wir mal, da kommt einer hoch. Der kann mal stehen. So, der ist jetzt auch tot. Also, irgendwie habe ich das Gefühl, ich treffe nicht wirklich und da ist noch noch einer. Der kommt, der kommt, der kommt, du bist so da. Und irgendwo schießt er noch einer. Ich habe doch gerade noch Schüsse gehört. Aber, es scheint tot zu sein. Rüstung ist auch schon fast weg, ja. Übrigens, die Vase kann man kaputt machen. Das ist auch... Da ist nicht mehr wirklich viel von der Vase da. Zu viel, so, ihrer Sammlung. Oder Ausstellung. Ich weiß. Hässlich, ne? Komm, machen wir kaputt. Auch hässlich. Ich mache mal wie hässlich das aus. Auch hässlich. Noch hässlich. Auch hässlich. Und auch hässlich. Cool. Wir schlagen sogar durch. Das heißt, wir haben eine durchschlagende Wirkung. So. Waffen. Und wieder eine Ausrüstung. Jetzt haben wir voll. Na toll. Kommen wir hier raus. Ja, wir kommen hier raus. Und dann kommen wir... Hier hin. Cool. Interessant. Da liegen noch Waffen. Die schnappen wir uns. Die Maschinenpistole ist voll. Ist doch langweilig. Das heißt, ich darf jetzt so viel rumballern, wie ich will. Ich habe eh ein wenig Munition. Kann ich auch nicht aufheben. Ach, die Tür haben sie aufgesprengt. Ja, denn gehe ich mal jetzt mal hier los. Cool, das kann man aufgeschieben. Komm mal. Ach. Man kriegt doch irgendwie keinen Schaden. Auswahl. Feuermodus. Das heißt mit... Was war das? Mit BE können wir auswählen, ob wir nur drei Schuss machen oder Dauerfeuer machen. Top, ich bin jetzt oben. Alles klar hier. Ich glaube, ich kann mal jetzt mal das hier... Versuch, Stokes und Beckett zu erreichen. Und schauen wir mal weiter. Okay. Ich komm rauf. Was haben wir jetzt eigentlich hier? Das ist die Pistole. Und da haben wir das... Irgendwas anderes habe ich jetzt noch mitgenommen, weil ich nicht mehr weiß, was das ist. So. Wir sind tot. So, du bist auch tot. Oh, ist hier niemand? Oh, Leute! Hier bin ich. Oh, da hinten war noch, glaube ich, einer, ne? Schauen wir mal. Wie ist doch keiner mehr hier. Wir laden wieder nach. Und... Alle sind weg. Langweilig. Kommt raus. Ich will spielen. Aber die Musik hat sich an, als ob noch irgendwo hier eine ist. Wie bist du denn? Jetzt ist er eigentlich... Übrigens, ich kann kein Klavier spielen. Daher lasse ich das lieber. Sonst hätte ich euch jetzt eine Vorstellung gegeben. Da hättet ihr mal gesehen. Der Panzer ist voll, toll. So, hier ist ein Panzer. Wir müssten aber hier noch Leute gucken. Oder so. Hallo? Hallo? Ich find mich so alleine. Ich will hier rein. Ich komm hier nicht rein. Merkwürdig. Ich weiß zwar, wo ich schon lang gehen muss, aber... Merkwürdig, dass hier keiner ist. Das war ja gar nichts. Das war ja ein Blitz. So, dann einmal hier durch. Und wir liegen. Da ist eine Tür. Und was haben wir da? Die Maschinenpistole ist voll. Die normale Pistole. Jetzt spiele ich einfach mal nur kurz eine Runde mit der normalen Pistole. Die nehme ich auch nochmal mit. So, wo sind sie noch? So, jetzt gehen wir mal wieder zurück. Da nehmen wir noch eine schutzsichere Weste. Wieso habe ich mich eigentlich da gebückt? Wir kommen noch so durch. Ist auch egal. Jetzt nehmen wir unsere schutzsichere Weste. Die ist wieder voll. Und dann laufen wir wieder weiter. Also, schauen wir mal. Übrigens, falls ihr euch fragt, ich spiele eigentlich sehr selten Ballerspieler. Und kann damit ja auch nicht wirklich damit umgehen. Also, nicht wundern, ich bin schlechter drin also. Und alle Maschinenpistole ist voll. Wir können eh nichts auffilmen. Liegt dann hier noch irgendwas Essbares rum. Lecker. Also, so sieht es aus, wenn gerade frisch gespielt wurde. Die müssten es nur noch wegräumen. Und dann kommt ihnen da Essen rein. So wie Bohnen halt. Und was haben wir hier noch so? Außer Bohnen. Was ist das? Nacho-Sauce. Lecker. Nacho-Käse. Ja. Nimm, 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 nimm. Noch mehr davon. Da. Nacho-Cheese. Lecker. Also, wenn ihr Nachos habt, einfach rüber damit. Und wir haben ein neues Mediket. Und der ist auch tot. Sie ist wirklich langweilig. Komm, was los. Aber ich muss hier durch. Ich treffe auf wenig Widerstand. Ich auch. Sehen vermutlich alle Hinterkontor her. So gut. So, was haben wir hier? Wir haben eine Tür. Da kommen wir nicht durch. Äh, und weiter geht's. Speichere Daten. Sie gut. Da oben. Da oben ist einer. Ich habe noch mal nicht an. Ja, ich habe noch mal nicht an. Hätte ich vielleicht mal was machen sollen. Hier gab's Essen vom Schneesen. Und ein Paket. Nehmen wir mal die Swaffer. Und schauen mal, was da so steht. Kann ja eh keiner lesen. Toll. Ne, da ist... Da steht auch was auf der Nachricht. Na, komm, runter. Station Lockert. Komm, ich gebe mal ein Passwort ein. Doofes Ding. So. Okay. Jetzt haben wir wieder neue Munition. Und... Geht's hier weiter? Ne, hier geht's... ...nicht weiter. Da... Da springe ich jetzt auch nicht rüber. Ich muss nämlich hier rüber. Ja. Ach, Angst. Hält ja noch gut. Oh, ne, hält doch nicht gut. Ich will jetzt lieber hier schnell hier rüber. Komm mal hier rein. Schade. Ich wollte mir jetzt was auf dem Fernsehen anschauen. Und ich muss mich diesmal bücken. Lecker. Und wieder Licht an. So. So.